Und damit, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Real Estate Real Marketing und in der heutigen Folge sprechen wir über ein mega spannendes Thema, nämlich Social Media. Es redet sich ja viel bei uns natürlich auch auf diesem Podcastkanal um das Thema bezahlte Werbung, das heißt, wie kannst du mit Hilfe bezahlter Werbung an mehr Aufträge, mehr Käufer kommen, aber nicht zu unterschätzen ist auch natürlich deine Social Media Präsenz. Das heißt, was zeigst du von dir, von deinem Unternehmen auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch auf TikTok beispielsweise, wie nehmen dich da deine relevanten Zielkunden wahr, denn man muss eines sagen, wenn sich Personen für eine Zusammenarbeit mit dir entscheiden, dann scannen sie dich vorab komplett durch. Sie schauen auf deine Webseite, sie schauen sich deine Bewertungen an, aber sie schauen sich auch deine Social Media Profile an und deswegen müssen die auch zu dir, zu deinem Unternehmen passen und worauf du da achten solltest, warum Social Media so wichtig für dich ist, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Ja, absolut. Also es ist erschreckend und traurig zugleich. Wir hatten jetzt vor kurzem eine große Analysephase. Wir haben ja die Kunden gescannt, also wie sind die Gespräche verlaufen, was braucht der Markt, was sind Trends und was sind noch Probleme. Und immer häufiger haben wir darüber gesprochen, hey, wie ist deine Online Präsenz? Ich bin ja froh, dass viele Makler mittlerweile verstanden haben, dass sie eine Webseite brauchen. Das sah ja vor einigen Jahren noch ganz, ganz anders aus. Aber wenn es um das Thema Social Media geht, also heißt ein Facebook Profil, ein Instagram Profil oder LinkedIn, gibt es Ablehnungen. Da wird oft gesagt, hey, das brauchen wir nicht, wir haben eine Webseite, das reicht. Und ich sage, okay, aber ihr wollt ja präsent sein, ihr möchtet ja neue Kunden gewinnen, attraktiv wirken für andere. Das heißt, nee, machen wir nicht, wir verstehen den Sinn dahinter nicht, weil das Hauptargument ist, das Klientel ist nicht auf Facebook unterwegs, das Klientel ist nicht auf Instagram unterwegs, schauen sich die Profile nicht an. Und ich glaube, es ist ein riesen, riesen Irrtum aktuell, dass viele nicht verstehen, dass es hier nicht darum geht, als Influencer aufzutreten, hier jeden Tag Storys zu posten, unterhaltsame Videos, sondern dass auch Social Media rein informativ wirken kann. Ich meine, große Brands wie Coca-Cola oder BMW und Mercedes haben ja auch ihre Profile. Richtig, genau, richtig. Und dieser Trugschluss, meine Zielgruppe ist nicht auf Social Media, das ist ja völliger Quatsch. Weil, ob man jetzt Eigentümer sucht oder Käufer sucht, gerade wenn man sich mal Facebook anschaut, die demografische Entwicklung von Facebook hat sich insofern entwickelt, dass ich gerade da sehr viele 45, 50, 60, 65-Jährige habe, so, und die da eben unterwegs sind, die da aktiv suchen. Und wenn die da nicht da sind, ja, dann gibt es die Kinder, die da unterwegs sind und da natürlich auch schauen, so. Und das muss man einfach mal beachten. Und man muss sich, glaube ich, da mal selbst hinterfragen, welche Relevanz das hat. Du hast es gerade richtig gesagt. Es geht nicht darum, dass man der Influencer ist. Da muss man ja auch nicht sein. Es geht einfach darum, dass man eine gewisse Transparenz aufbaut. Vertrauen zu stiften, vertrauenswürdig zu sein, bedeutet, dass Personen schauen können, wer ist das eigentlich? Was ist das für ein Typ? Und wer ist das für ein Typ? Heißt auch nicht, dass du einfach nur aus deinem Unternehmen schöne Bilder postest, sondern dass du vielleicht auch mal von dir privat was postest, privat was zeigst in der Story, weil die Leute wollen einfach wissen, wer steckt dahinter. Das ist ein Immobilien-Deal. Da geht es um viel Geld. Und auch als Immobilien-Deal, Kauf und Verkauf, das macht man einmal im Leben. Und das macht man mit einer Person, der man eben vertraut. Und gerade, wenn es noch emotionaler wird, wenn es vielleicht so um Scheidungsthematiken geht, Erbthematiken geht, ist das noch ein viel größeres emotionales Thema. Und da muss man einfach einen Partner an meiner Seite, wo man ganz genau weiß, den kann man eben vertrauen. So. Und es gibt ja auch immer so dieses Bild von Maklern, hey, die leben ein mega luxuriöses Leben, arbeiten aber eigentlich gar nicht. Und das kann man völlig widerlegen, indem man einfach sehr authentisch und transparent auf diesen Social Media-Kanalen unterwegs ist und wirklich mal zeigt, hey, so ist mein Alltag wirklich. Und da muss man auch nichts beschönigen, da muss man auch nichts verstecken. Das führt am Ende des Tages dazu, dass man vertrauenswürdig ist, authentisch ist und eben dadurch noch mehr Kunden auch anzieht. Ja, also ich meine, ich verstehe es ohnehin nicht, warum diese Abneigung so groß ist. Ich meine, wir alle sind hier im Vertrieb tätig. Wir leben davon, dass wir jetzt hier Objekte akquirieren und wieder verkaufen. Das ist ein klassischer Vertrieb. Die Produkte ändern sich. Was hat jeder Vertrieb, jeder Verkäufer, jeder Unternehmer für ein Problem? Das Thema Vertrauen. Trauen mir die Leute. Ich habe im Erstgespräch meistens irgendwelche Einwände, warum der Deal nicht zustande kommt. Es gibt irgendwelche Probleme, Vorurteile. Der Makler fährt hier mit dem Porsche rum, hat seine Rolex. An wen wende ich mich jetzt hier schlussendlich? Und dafür ist ja Social Media perfekt, weil ich meine, klar, es gibt eine Webseite. Ich sehe das, ich lese mir das Ganze durch, aber Webseiten sind hier sehr statisch am Ende des Tages. Wenn ich jetzt in Regensburg zum Beispiel google nach Makler, sehen wahrscheinlich hier zehn Webseiten relativ ähnlich aus. Ich habe die gleichen Informationen. Ich sage, okay, der ist blau, der ist grün, der ist gelb. Hat andere Objekte gelistet und das war es. Das beeinflusst nicht meine Entscheidung, zu wem gehe ich jetzt am Ende des Tages. Und Social Media ist einfach perfekt dafür, weil ich hinter die Kulissen schauen kann. Du hast es gerade eben schon sehr, sehr gut angedeutet, aber ich mache ein ganzheitliches Bild. Was ist es für ein Unternehmen? Bin ich ein Familienvater? Habe ich einen Hund? Aber auch zu den Objekten selbst beispielsweise. Hey, das Objekt wurde aufgenommen. Behind the scene. Ich kann mal so ein bisschen dahinter schauen. Was wird hier gemacht? Und habe hier einen viel, viel größten Eindruck. Und ich habe hier die Möglichkeit, so viele Touchpoints zu schaffen, was Vertrauen schaffen, Emotionen schüren am Ende des Tages. Weil wenn ich hier auch auf die Käuferquise gehe. Du hast gerade gesagt, einmal im Leben ein Deal. Ich gründe eine Familie. Vielleicht ist das Kind unterwegs. Ich habe noch meinen Hund. Und möchte jetzt hier meinen Lebenstraum erfüllen. Ich möchte jetzt hier ein Haus auf dem Land haben in der Stadt. Und das ist so ein emotionales Thema. Das kann ich komplett ausschlachten auf Social Media. Und dann eine ganze Story drumherum bauen. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, du hast mir jetzt einen Flyer in den Briefkasten geschmissen. Du hast Werbung geschaltet. Und ich werde auf dich aufmerksam. Schaue ich mir die Webseite an. Die Webseite verlinkt auf Social Media. Welchen Kanal auch immer. Und dann kriege ich noch mehr Infos. Und dann sage ich, hey, der Hans Schneider ist ein toller Makler. Mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Und ich habe die ganzen Einwände schon gar nicht mehr. Richtig. Genau. Mehr Infos, mehr Content. Und das lässt sich auslegen auf spezifische Projekte, Objekte, wie du es gesagt hast. Aber auch eben auf die Person an sich. Die andere Seite ist die. Man muss sich halt vorstellen, so ein Marketing. Personen, die Ads sehen oder die Werbung sehen oder die einen Flyer von euch bekommen. Ungefähr drei bis fünf Prozent konvertieren davon sofort. Das heißt, drei bis fünf von hundert Leuten, die das bekommen, sagen drei bis fünf. Okay, ja, finde ich spannend. Will ich mehr davon wissen. Bedeutet aber einfach, diese anderen 95 Prozent haben einfach einen Faktor. Warum sie es nicht tun? Sie sind mega misstrauisch. So, sie sind misstrauisch, weil sie vielleicht in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sind misstrauisch, weil sie vielleicht immer noch nicht so weit sind und glauben, sie können das alles selber machen. Also es gibt einfach Misstrauensfaktoren. So. Und diese Misstrauensfaktoren heißt es einfach zu beseitigen. Was passiert also? Eine Person, die sich grundsätzlich dafür interessiert und grundsätzlich in deiner Zielgruppe ist, die wird dich online scannen. Wie läuft das ab? Die Leute sehen deine Werbung. Die Leute sagen, okay, ja, habe ich jetzt kennengelernt. Ich gehe jetzt mal auf Google. Gib mal den Namen ein und schau mal, was da passiert. Und wenn man dich googelt, dann kommen da mehrere Sachen. Es kommt deine Webseite. Es kommt dein Social Media Auftritt. Es kommen Bewertungen. Und Thema Social Media Auftritt bedeutet, dass da immer Instagram und immer Facebook verlinkt ist. Und die Leute gehen darauf und die Leute sehen dich da. Und deswegen muss das einfach clean sein. Es ist niemals so, dass eine Person deine Ad zieht und dann manuelles Handy zückt und dann deinen Namen auf Instagram sucht. Das wird nicht passieren. Du bist automatisch in der Google-Suche und deswegen muss das einfach top sein. Deswegen muss es ein vernünftiges Profil sein. Deswegen ist es eben so extrem, extrem wichtig. Ja, also das sind alles so Faktoren, deswegen allein wenn wir jetzt darüber sprechen, könnte ich mich schon wieder darüber aufregen, warum das so viele nicht machen. Und ein Aspekt oder ein Punkt, der auch immer wieder angesprochen wird, ist, ja, es ist zu kompliziert, zu aufwendig. Am Ende des Tages ist es ja gar nicht so. Ich meine, Social Media ist keine Sache, die ich spontan mache. Heute mache ich was, morgen mache ich nichts. Im Prinzip, auch wir machen das für unsere Kunden. Wir planen einfach mal einen Monat im Voraus oder wir scannen das Unternehmen. Hey, wie möchtest du wahrgenommen werden? Ist ein Grundstock vorhanden? Ja oder nein? Und dann plant man das Ganze. Also es gibt hier Möglichkeiten, so eine Art wie ein Storybook aufzubauen. Hey, so baue ich hier meinen Social Media Kanal langfristig auf. Natürlich hat es eine vertrauensbildende Maßnahme. Es hat aber auch die Maßnahme, Kunden zu gewinnen, weil am Ende des Tages stolpert man mit darüber. Und was viele auch nicht, oder was viele vergessen, ist ja Bestandskundenpflege. Meine Kunden, die ich gut betreut habe, die folgen mir auf Social Media. Heißt aber auch, ich kann kurzerhand einen Aufruf machen, wenn ich was brauche von meinen Bestandskunden. Das heißt Empfehlungen, ich habe hier ein Fest, ein Event, was auch immer. Und erreiche auf den Schlag mal zwei, drei, vier, fünfhundert Leute gleichzeitig, weil Kunden, die mit mir zufrieden waren, die folgen mir auch und bleiben da. Und das ist auch wieder ein Kommunikationstool, was ich habe, was nicht zu unterschätzen ist. Exakt, so ist es. Und da braucht man einfach mal eine intensive Beratung, zu schauen, wann setze ich was gezielt ein. Und die bieten wir gerne mal auf schneider-marketing.com schauen, da ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern. Dann sagen wir genau, wann ist was relevant. Und natürlich auch das Thema Social Media bieten wir als Agentur an, diese Profile zu pflegen, Profile aufzubauen. Also da einfach auch mal melden, dann können wir da ein spannendes Angebot machen. Tragt euch ein, wir analysieren das Ganze und ja, wir freuen uns auf das Gespräch. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.